Hallo und herzlich Willkommen zu Falten mit Yvonne! Heute zeige ich dir, wie du aus Geld eine Katze faltest. Ich verwende dafür zwei 10 Euro Scheine. Drehe deinen Schein so um. Falte die untere linke Ecke zur oberen Kante hin. Lege dieses Dreieck über diese Kante nach rechts. Öffne beide Faltungen wieder. Lege nun den linken Teil auf den rechten. Das selbe wiederholst du beim zweiten Geldschein. Falte die untere Ecke zur oberen. Öffne diese Faltung wieder. Falte auch die beiden restlichen Ecken zueinander. Öffne auch diese Faltung wieder. Hier ist der Mittelpunkt deines Scheines. Falte diese Spitze zum Mittelpunkt hin. Lege nun den oberen Teil des Scheines über die Mittellinie nach unten. Falte nun diese Kante zur Mittellinie nach unten. Das selbe wiederholst du auf der anderen Seite. Falte diese Spitze schräg nach oben links. Diese Spitze faltest du schräg nach oben rechts. Falte die Spitze nach unten. Falte diese Spitze zur Mitte nach oben. Falte diese Spitze zur Mitte nach oben. broken. Verstecke das kleine Dreieck hinter dem Größeren. Falte die Spitze wieder zurück. Nun brauchst du deinen zweiten Schein. Falte diese Ecke zu dieser Ecke. Öffne diese Faltung wieder. Falte diese Kante zur Mittellinie. Öffne diese Faltkante zur Mittellinie hin. Falte diese Kante zur Mittellinie hin. Lege deinen Schein so zusammen. Lege deinen Schein so herum hin. Hier wird später der Kopf drauf gesteckt. Falte diesen Teil deines Scheines nach unten. Öffne diese Faltung wieder. Lege die gerade gefaltete Faltkante nach links auf den Schein. Denke dir zwischen diesen beiden Ecken eine Linie. Falte diese Spitze an dieser Linie nach oben. Lege diese Spitze nach rechts. Hier steckst du den Kopf fest. Und schon ist deine Katze aus zwei Geldscheinen fertig gefaltet. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann tätige deinen nächsten Amazon-Einkauf bitte über meinen Partner-Link in der Videobeschreibung. Du bezahlst dann den gleichen günstigen Preis wie immer und ich bekomme eine kleine Provision. Vielen Dank schon mal. Und wenn du über neue Videos von mir informiert werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, bei Falten mit Yvonne.